Hallo, wie geht's? Wenn man die Profis anschaut, dann gibt es Scotty Schaeffler mit seinem hervorragenden Niveau und dann der Rest. Er ist meilenweit der beste Ballstriker. Seine Genauigkeit, seine Eisen, seine Abschläge. Vielleicht hat er eine Schwäche beim Putten, aber auch wenn er stark puttet, sein geniales, langes Spiel und kurzes Spiel gleicht das aus. So, was können wir von ihm lernen? Auf YouTube kann man oft sehen, wie er trainiert und das ist super interessant. Obwohl er der beste Spieler der Welt ist, finde ich, dass er mehr an den Grundlagen arbeitet als jeder andere. Er guckt, wie sein Griff ist vor jedem Schlag auf der Range. Seine Haltung, seine Ausrichtung sind für ihn totale Priorität. Nur das kann uns sehr, sehr helfen, vor allem, wenn wir sehr genau schlagen müssen. Wie ich hier an diesem Parfierloch in Lüttersburg. Ich habe es gemessen, die Landezone ist 25 Meter breit, rechts ist eine Penalty Area und links ist eine Penalty Area. Außerdem gibt es eine ziemlich starke Brise. Ich bin ja an der Nordsee. Ich würde mich übrigens freuen, dich hier zu trainieren, von links nach rechts. So, wie und was kann ich von Scotty Schäffler jetzt lernen? Das Erste, was ich gemacht habe und was du bitte machen solltest, geh auf die Range. Du brauchst dein Stäbchen, dein Alignment Stick oder einen Schläger. Du musst dich ausrichten und du musst dann, wenn es geht, hunderte Bälle schlagen, bis alle Bälle in die gleiche Richtung starten. Du musst natürlich auch einen Schläger finden, der den Ball weit genug schlägt, aber auch gerade genug schlägt. Wenn es dein Drive ist, wunderbar. Ich spiele sehr gerne meine lange Eisen an engen Löchern. So, mein Eisen 4 ist ja perfekt für dieses kurze 300 Meter Parfierloch. Wenn ich den treffe, wenn ich das Fairway treffe, dann habe ich nur 100 Meter danach. Ich werde jetzt alle vier Bälle schlagen und ich weiß, wenn ich diese Methode richtig umsetze, dass meine Bälle alle im Ziel landen werden. So, als erstes halte ich den Schläger mit einer Hand, mit meiner rechten Hand, über den Ball. Ich mache ein Auge zu und dieser Teil des Schläges ist genau oberhalb des Balles und dieses Teil ist oberhalb mein Ziel. Also mein Ziel sind die zwei Bunker auf der linken Seite, beziehungsweise auf dem linken Bunker der zwei. Und so kann ich gut sehen, wenn ich ein Auge zumache, wo mein Zwischenziel ist. Und mein Zwischenziel ist genau hier. Ich weiß, du hast es alle schon gehört, aber das Geniale kommt gleich. So, wie Scotty werde ich ganz penibel mich dorthin ausrichten. Erst das Blatt und dann meine Füße, dass meine Füße rechtwinklig sind. Und jetzt werde ich nicht mehr zum Ziel gucken. Ich werde an meinen Schwung denken und versuche den zu spüren, was ich schon tausende Mal gemacht habe. Und was so genial ist, obwohl da hinten super schwer ist, da ich nicht dahin gucke, bin ich fast befreit. Und ich kann einfach locker schwingen. Und so werden meine Hüfte aktiv sein und ich werde auch releasen und nicht so fest sein, wie wenn ich eine enge Bahn hätte. Manchmal steuert man natürlich, wenn man Gefahr sieht. Okay, so, ich bin richtig ausgerichtet. Du siehst, ich habe noch nicht mein Ziel angeguckt. Ich werde jetzt einen guten Schwung ausführen. Jetzt gucke ich den Ball an. Und jetzt fadet der Ball. Und ich kann dir sagen, der liegt Mitte rechts. Und da habe ich unter 100 Meter. Das werde ich jetzt dreimal wiederholen. Du kannst gerne zugucken, wenn du möchtest. Und probiere das aus. Also, das genau zielen, stehen, das ist eine Sache. Das ist so wichtig. Und dann danach nicht mehr gucken und nur auf einen guten Schwung achten. Das hilft wirklich sehr. Das ist gut für Turniere. So, danke für das Zugucken. Bitte abonniere Wohnhochigolf. Ich freue mich, dir zu helfen durch meine Videos. Ciao. Okay, noch einmal. Ich freue mich, dir zu helfen.